Öffnen Sie den Koffer durch seitliches Drücken des Knopfes. Öffnen Sie den Reißverschluss und klappen Sie den Koffer auf. Öffnen Sie den Innenteil des Koffers. Entfernen Sie die Schrauben der Schutzkappe. Entfernen Sie jetzt die Schutzkappe. Der Griff kann nun entnommen werden. Der neue Griff kann jetzt eingesetzt werden. Setzen Sie jetzt die Schutzkappe ein. Nun können Sie die Schrauben anbringen. Der Koffergriff ist nun getauscht. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise.